Hier ist Arnold. Er startet mit seinem ersten Tag in den Urlaub. Und denke nicht einmal, dass mir dieses kleine Stück scheiße leid tut oder dass mir deine Kommentare wichtig sind, die ihn um eine Pause bitten. Nee, nee, jemand anonymer schickte ihm gerade eine kostenlose Einladung zu einem Urlaub an einem See. Oh, Mensch, das ist ja wirklich ein schöner Ort und verdächtig vertraut. Heiliger Krapoli, es ist Jason Foyce. Arnold, los, schreib dein Testament. Jason ist ein zwei Meter großer Verrückter mit einem enormen Verlangen nach Gewalt. Der Versuch wegzulaufen oder sich zu verstecken ist notslos. Er hat eine unerklärliche Fähigkeit, plötzlich hinter seinem Opfer aufzutauchen. Angriff ist die beste Verteidigung. Stell ihm eine Falle. Nachdem Jason vom Blitz getroffen wurde, wurde er super resistent. Aber er hat immer noch keine Chance gegen eine Säge. Ach, nö, du bist wie ein Affe mit einer Handgranate. Ich kann dir nichts anvertrauen. Was für eine Wendung! Jason wollte wahrscheinlich nicht, dass du auf irgendeine Weise stirbst, außer von ihm. Warum benimmst du dich denn so komisch? Foyce kommt immer wieder zurück, sodass du schnell einen Plan B erstellen musst. Wenn er nicht zerstört werden kann, muss man seine Bewegungsfähigkeit einschränken. Du könntest Beton über seine Beine gießen, dann kann er dir nicht mehr folgen. Dabei gibt es jedoch ein Problem. Beton benötigt zum Aushärten mehrere Stunden. Du musst Jason nur im Auge behalten und ihm jedes Mal, wenn er zu heilen beginnt, die Gliedmaßen verletzen. Ihr seid jetzt für immer zusammen. Ziel auf die Knie, Arnold! Schaden wird krasser und die Wiederherstellung wird länger dauern. Ich verstehe nicht, was passiert. Arnold, ich bin dein Vater. Das ist Arnold. Er ist jetzt eine transsilvanische Delikatesse mit Reis gefüllt. Tut mir leid, Arnold, ich bin kein großer Fan von solchen blutigen Szenarien. Also, ran an die interessanten Informationen. Lass uns Arnolds neuen Freunden einen guten Appetit wünschen. Jetzt sollten wir sie vielleicht ein bisschen besser kennenlernen. Also, Wehrwölfe werden Langkotropen genannt. Diesen Namen haben sie aus dem antiken Griechenland. Der Autor des Begriffs ist Herodot, ein Historiker von vor 2500 Jahren, der bei der Beschreibung von Skütien Menschen erwähnte, die sich sofort in Wölfe verwandeln konnten. Was Vampire angeht, so wurde das Wort Vampir erst mal 1734 im Oxford English Dictionary erwähnt. Arnold, du bist am Leben, ich bin so glücklich. Aber warte, was ist denn das an deinem Hals? Nee, das soll wohl ein Scherz sein. Du bist tatsächlich der erste Mensch, der gleichzeitig von einem Vampir und einem Wehrwolf gebissen wurde. Ich frage mich schon, wie du wohl aussehen wirst. Während du versuchst herauszufinden, wie das funktionieren soll, erzähle ich dir eine interessante Tatsache. 1999 schlossen 907 verrückte Amerikaner eine Versicherung für den Fall ab, dass sie sich bei Vollmond plötzlich in Wehrwölfe verwandeln. Arnold, wenn du so aussiehst, dann wirst du ein bisschen schnell entdeckt. Du musst eine weniger auffällige Form wählen. Oh, Franky hat dich bereits zu seiner Freundesliste hinzugefügt. Das ist ja süß. Er ist auch aus einem riesigen Haufen zufälligen Mist zusammengesetzt. Genau wie du. Jeder weiß doch von der alten Feindschaft zwischen Vampiren und Wehrwölfen. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas in einem einzigen Körper sehen würde. Oh, jetzt bekommst du also Hunger? Und du brauchst Essen für zwei. Na dann los, such dir deine Opfer. Das perfekte Opfer. Guten Appetit, Arnie. Warte, Arnold, wo bist du? Was hast denn du erwartet? Du kannst dich dem Ruf der Wildnis nicht widersetzen. Vergiss bloß nicht, hinter deinem Hund aufzuräumen. Du bist ja ein richtiger Blutsauger. Wenn du so weitermachst, Arnold, solltest du darüber nachdenken, Veganer zu werden. Oh, ich habe vergessen, dich zu warnen. Eine doppelte Kreatur wird doppelt gejagt. Ihr müsst eure Differenzen beilegen, denn ihr habt jetzt gemeinsame Feinde. Beten wird dir nicht helfen, Kumpel. Und natürlich ist Knoblauch jetzt tödlich für dich, du Trottel. Du bist nicht das erste Opfer der Jagd. Im 16. Jahrhundert erließ das französische Parlament ein Gesetz zur Ausrottung aller Gestaltswandler. Infolgedessen wurden zwischen 1520 und 1630 in Frankreich mehr als 30.000 Menschen getötet, die man für Wehrwölfe hielt. Ach, du Glückspilz, Arnold. Die Jungs von Greenpeace sind auf der Suche nach dir. Arnold, sagst du mal bitte zu allen Hallo und dann auch gleich Tschüss, weil ich deinen Herzschlag jetzt für eine Nanosekunde anhalten werde. Bleib ruhig, Erbsenhirn. Wir machen das hier der Wissenschaft zuliebe. Das Herz ist eine Pumpe, mit der sich Blut mit einer Geschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde durch den ganzen Körper bewegt. Der Weg, den das Blut zurücklegt, ist mehr als 100.000 Kilometer lang. Wenn all diese Gefäße in einer einzigen Linie angeordnet wären, würden sie sich zweimal um den Globus wickeln. Drei, zwei, eins, starten! Ha ha ha! Hat er sich in die Hosen gemacht! Und dasselbe, um sich auszuruhen. Alle Pausen im Leben addiert, ruht das Herz mehr als 20 Jahre. Daher wird niemand eine kleine Pause von nur einer Nanosekunde bemerken. Schau mal genau hin. Das Herz ähnelt einem zweistöckigen Haus. Es gibt oben zwei Räume, die als rechter und linker Vorhof bezeichnet werden und unten die Ventrikel. Im Normalmodus wird das Blut aus dem Vorhof mit einem solchen Druck in den Ventrikel gedrückt, dass das Blut hypothetisch mehr als 9 Meter oder fast 30 Fuß herausspritzen könnte. Dann drückt der Ventrikel Blut in die Lunge oder die Aorta. Aber wenn der Ventrikel für mindestens 0,7 Sekunden stoppt, wenn alle anderen Teile des Herzens arbeiten, dann... BOOM! Die Menge an Blut verdoppelt sich und das Herz zerreißt. Nicht diesmal. Wir brauchen dich doch noch, Arnold. Alle lieben dich doch, stimmt's? War ein Scherz. Kümmert kein. Passiert das gerade wirklich? Arnold, du heiratest? Die Welt wurde von einer neuen Epidemie heimgesucht. Die Infizierten haben Flecken auf der Haut. Ein schrecklicher Ausschlag bedeckt ihr ganzes Gesicht. Sie husten ununterbrochen und ihre Vorderzähne fallen aus. Und um nicht isoliert zu sein, impfen sich die Menschen massenhaft und kaufen den Impfstoff auf dem Schwarzmarkt. Sie setzen sich bewusst einem Risiko aus, da der Impfstoff noch nicht zugelassen ist. Aber sie tun es, damit sie so schnell wie möglich wieder ein normales Leben führen können. Schau dir das an, Arnold. Was machst du denn hier? Oho, du hast ein Date? Das ist ja cool. Aber du hättest sicher einen romantischeren Ort finden können als dieses Café am Stadtrand. Hier ist sie. Wow! Wie konntest du sie zu einem Date mit dir überreden? Oho. Wie sind so viele Zombies hier hereingekommen? Arnold, es scheint, dass Susi in Schwierigkeiten steckt. Ein durchschnittlicher Zombie lebt in Städten, die nach Epidemien verlassen wurden. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es sich um einen gewöhnlichen Spieler handelt, der seit drei Tagen nichts gegessen hat. Aber nein, Zombies haben ihren eigenen Speiseplan. Normalerweise fressen diese niedlichen Kreaturen menschliche Gehirne. Arnold, was wirst du tun? Wow, das nenne ich meine Waffe. Wer ist denn das? Wow, das gibt's doch nicht. Das ist Chuck, der verdammte Norris. Und er hat ein ganzes Arsenal hier. Jetzt wird er einigen in den Hintern treten. Ich kippe, das ist sogar für meine Verhältnisse ziemlich brutal. Aber sehr cool. Mann, oh Mann! Wie viele Zombies sind denn das? Sieht aus, als wäre dieser große Kerl der einzige, der noch übrig ist. Das nennst du einen Schlag. Das ist ein Schlag! Deine Verabredung scheint wegen des unvorhergesehenen Zombie-Angriffs abgesagt worden zu sein. Zeit zu verschwinden, Arnie. Vergiss Susi nicht. Dann flicks und zugenäht. Sind die unsterblich? Chuck, tritt aufs Gas! Oh nein! Sieh mal, Arnie. Du und Susi habt etwas gemeinsam. Genau wie du verliert sie ihre Finger. Es scheint ihr schlechter zu gehen. Schnell, tut etwas! Ihr müsst sie retten! Das ist also der Typ, der uns helfen kann. Wer zum Teufel ist er überhaupt? Grigori Rasputin! Die geheimnisvollste Person des 20. Jahrhunderts. Ihm werden hypnotische Fähigkeiten und eine außergewöhnliche Heilungsgabe zugeschrieben. Was für ein gruseliger Ort! Noch schlimmer als das Café, in das du Susi eingeladen hast, Arnold. Was machen wir denn hier? Wohin gehen wir? Führt Chuck etwas im Schilde? So stelle ich mir die Zahnarztpraxis vor. 100% schrecklich! Sag mir nicht, dass du da reingehst. Sogar ich habe Angst. Hier ist alles in der besten Tradition russischer Feste. Wodka, Balalaika, Bären und Tanzen bis zum Morgen. Und hier ist der Mann, den wir brauchen. Grigori Rasputin! Das hier ist der große Mann! Es scheint unser Highlight einen 80%igen Drink weggehauen. Sieht aus, als müsstet ihr die Dinge selbst in die Hand nehmen. Macht ihr keine Sorgen um ihn? Alle reden über den neuen Impfstoff. Viele haben ihn bereits an sich selbst ausprobiert. Aber er hat eine Nebenwirkung. Die Menschen werden zu Zombies. Dieser Rasputin entpuppt sich als echter Drogensüchtiger. Igitt, du Nekromant! Er hat die Situation ausgenutzt und einen Impfstoff erfunden, der das Virus vernichtet, aber die Lebenden in Zombies verwandelt und die Toten wieder auferstehen lässt. Selbst Chuck ist schockiert. Chuck, du bist dran! Verdammt nochmal, wie macht er das nur? Er ist noch cooler als den Walker, Texas Ranger. Das ist also der, bei dem Van Damme Unterricht genommen hat. Oh, hier kommt Daddy! Der große Kerl lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Arnold, du bist der Einzige, der noch übrig ist. Arnie, du bist ein Kämpfer. Denk an all die Dinge, die ich dir beigebracht habe. Und das Wichtigste? Vergiss nicht, dass es keinen Feind gibt, außer dir selbst. Arnold, bist du... Ich wusste es doch. Leb wohl, Arnold. Du warst ein netter Kerl. Oh, 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 jetzt verstehe ich. Was für eine Wendung! Arnold, ich gratuliere dir. Jetzt, wo du endlich heiraten wirst, wenn auch ein Zombie. Obwohl du selbst ein Zombie bist. Aber was soll's? Auch Zombies können Liebe empfinden. Scheint, als hättest du heute ein bisschen zu lange gespielt, Arnie. Willst du vernünftig sein, dann geh ins Bett. Gute Nacht. Arnold. Wenn man den ganzen Tag Computer spielt, ja, dann bleibt das nicht ohne Folgen. Nach einer solchen Überreizung kann etwas Schreckliches passieren. Zum Beispiel Schlaflähmung. Der REM-Schlaf ist ein Zustand, in dem der Körper unbeweglich ist. Bei der Schlaflähmung wacht dein Gehirn auf, aber deine Muskeln bleiben eingefroren, so dass du zwar sehen und hören, dich aber nicht bewegen kannst. In diesem Moment treten Halluzinationen auf und es fühlt sich an, als säße ein Dämon auf dir. Aber das dauert nicht lange. Was ist los, Arnie? Hast du Angst, im Dunkeln zu schlafen? Etwa 10% der Menschen auf der Erde leiden unter Nuktophobie. Der Angst vor der Dunkelheit. Wissenschaftler, die glauben, dass diese Eigenschaft genetisch vererbt wird. Unsere Vorfahren, die hatten doch Angst vor nächtlichen Raubtierattacken. Und so malt unsere Vorstellungskraft die schrecklichsten Bilder in die Dunkelheit. Sieht aus, als wäre da jemand hinter dem Fenster. Haha, in der Weltrangliste der Angsthasen belegst du, Arnold, den ersten Platz. Alle Ängste werden in der Amygdala des Gehirns gebildet. Ein Gefühl der Angst entsteht in diesem winzigen, anderthalb Zentimeter großen Sack. Es gab tatsächlich Fälle, in denen die Amygdala von Menschen durch die Urbarvite-Krankheit zerstört wurde. Dadurch wird die Angstreaktion dauerhaft ausgeschaltet. Aber das trifft ganz sicher nicht auf dich zu, Arnold. Du hast vor allem Angst. Sogar vor deinem eigenen Schatten. Okay, okay, ich mach das Licht an. Nur damit du weißt, dass niemand hier ist. Die Stadt versinkt im Chaos. Zwei Giganten, King Kong und Godzilla, kämpfen. Guten Morgen, Arnold. Arnold, was sind denn deine Pläne für heute? Vielleicht ist der Plan für heute... Versuch nicht zu sterben! Hast du Angst, Arnold? Aber was ist, wenn das alles erfunden ist? Was ist, wenn ich dir sage, dass weder King Kong noch Godzilla auf der Erde überleben könnten? Es ist ziemlich einfach. Schau. Der größte Mensch der Welt war Robert Pershing Wadlow. Er war 2,72 Meter groß und lebte nur 22 Jahre. Er litt an einer Krankheit namens Gigantismus. Bei dieser Krankheit schüttet das Gehirn übermäßige Mengen an Wachstumshormonen aus. Deshalb wurden im Laufe der menschlichen Evolution die Normen für Größe und Gewicht festgelegt. Und jede größere Abweichung wird als Krankheit betrachtet. Das ist eine riesige Belastung für das Herz, das 15 Liter Blut statt der normalen 5 zirkulieren lassen muss. Und diese anstrengende Dynamik hält das Herz oft nicht allzu lange aus. Aber was ist mit der Tatsache, dass es noch andere riesige Lebewesen auf der Erde gibt, wie Wale? Nun, auch das lässt sich leicht erklären. Die Dichte von Wasser ist höher als die Dichte von Luft und entspricht fast der Dichte eines Menschen. Deshalb können wir auf der Oberfläche von Salzwasser schwimmen. Das bedeutet, dass der Lebensraum selbst das Gewicht von Lebewesen trägt. Zum Beispiel von Walen, deren Vorfahren vor 50 Millionen Jahren wie ein Hund mit Hufen aussahen. Godzilla und King Kong könnten auf der Erde nicht existieren. Alles wegen unseres Freundes Schwerkraft. Aber sagen wir mal, wir schalten die Schwerkraft aus, um die Existenz von Godzilla und King Kong wissenschaftlich zu ermöglichen. Alles auf der Erde, was nicht fest mit dem Boden verbunden ist, würde ins All schweben. Das schließt auch die Menschen ein, die, wenn sie sich im Freien befinden, ins Jenseits geschossen werden. Und die wenigen Glücklichen, die sich irgendwo in einem Raum befinden, können noch eine Zeit lang überleben, bis die Häuser schließlich auch nach oben fliegen. Und am Ende wird unser Planet komplett in Stücke zerbröseln. Um die Erde zu zerstören, musst du also nicht auf einen Kampf zwischen Giganten warten. Du kannst einfach die Schwerkraft ausschalten. Seit drei Tagen irrt er nun schon durch den Wald. Alles nur, weil er das Geld für ein Taxi sparen wollte. Oh nein, Arnold, sag mir doch nicht, dass du aus diesem See trinken willst. Aber keine Sorge, Arnold. Wenn ein Blutegel in dein Verdauungssystem gelangt, hat er keine Zeit, dir zu schaden. Er wird sich schnell in deinem Magen auflösen. Aber du hast mehr als ein Blutegel in dir, Kumpel. Du bist jetzt das Gesicht der Sendung. Erschwingliche Wohnungen für Blutegel. Es gibt mehr als 500 Arten von Blutegeln auf der Welt, aber nur drei von ihnen werden als wertvoll für den Menschen angesehen. Es dauert nur 10 Minuten bis 335 Blutegel das gesamte Blut aus dir herausgesaugt haben. Und du, Arnold, hast 1000 von ihnen. Jede Sekunde zählt. Um die Blutegel loszuwerden, musst du Salzwasser trinken. Tut mir leid, Arnie. Ich hatte keine andere Flasche. Das Wasser aus dem See zu trinken war eine schlechte Idee, Arnold. Selbst ein Blutegel ist im Vergleich zu dir schlau. Seine Neuronen wurden für einen biologischen Computer namens Blutegelulator verwendet. Er kann Primzahlen addieren und du kannst es nicht. Aber du solltest dich nicht zu früh freuen, Arnold. Es scheint, als hättest du die Aufmerksamkeit einiger wirklich gefährlicher kleiner Kerle auf dich gezogen. Ich verstehe, dass es schwer zu glauben ist, aber du solltest dich deswegen nicht bewegen, Kumpel. Arnold, lass dich ruhig von den Bienen stechen. Bienengift ist cool. Es enthält viele natürliche Stoffe, die sogar tödliche Krankheiten besiegen können. Aber in diesem Fall ist es wahrscheinlicher, dass du an einem Hitzeschlag stirbst, als an tausend Bienen stichen. Bienen, die deinen Körper bedecken, erhitzen ihn auf bis zu 47 Grad. Arnold, alles gut? Tatsächlich können die elektromagnetischen Wellen eines Mobiltelefons eine Biene außer Gefecht setzen. Eine Biene ist wie ein Navigationssystem mit einer Reihe von Sensoren, ähnlich wie ein winziges, kleines Flugzeug. Offensichtlich müssen also beim Fliegen, genau wie bei großen Flugzeugen, die Mobiltelefone ausgeschaltet werden. Wenn man nämlich ein Mobiltelefon mit einer Frequenz von 900 Megahertz in einen Bienenstock stellt, werden alle Bienen innerhalb von 10 Minuten evakuiert und kehren nie wieder zurück. Äh, warte, Arnold, bist du das? Das ist eine ganz schöne Schwellung, Kumpel. Ich denke, du musst für ein paar Wochen im Wald leben, bis du wieder wie ein Mensch aussiehst. Also, mein Freund, mach's gut. Hallo, Arnold. Heute schicken wir dich nach Sentinel Island zum Angeln. Aber setz ja keinen Fuß an Land. Arnold? Glückwunsch, du bist jetzt in den Fängen des wildesten und feindseligsten Stamms der Welt. Gäste mögen die gar nicht. Ich glaube, die werden dich essen. Deine Haut reicht für acht Trommeln, deine Adern für fünf Bögen. Und aus deinem leeren Schädel machen sie eine große Tasse. Und dein Skalp wird den Häuptling bedecken. Äh, Arnold? Dass jetzt Aliens kommen, habe ich echt nicht gedacht. Die werden dich richtig ausnehmen. Dein Körper besteht zu 70% aus Wasser, 24% aus organischen und 6% aus anorganischen Stoffen. In einer Gurke gibt es auch viel Wasser, etwa 85% bis 90%. Also, technisch gesehen bist du eine sehr lebhafte Gurke. Aus den restlichen sechs der anorganischen Elemente kann man viel Nützliches machen. In deinem Körper ist genug Eisen für einen 6 cm langen Nagel. Und aus dem Kupfer kann man Kopfhörer herstellen. Und das alles, während du noch am Leben bist. Die meisten Organe lassen sich ganz einfach entfernen und du lebst trotzdem weiter. Der menschliche Körper kann ohne Magen auskommen, ohne Milz, 75% deiner Leber, 80% deines Darms, einer Niere, einer Lunge und fast alles unterhalb der Gürtellinie sowie in deiner Leistengegend. Natürlich bist du keine Gurke, aber es bringt dich auch nicht um und du bekommst diese kostenlosen Kopfhörer. Von etwas komischer Qualität. Aber das sind doch alles Lappalien. Tatsächlich besteht dein Körper aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Natrium und Sauerstoff. Und diese chemischen Elemente sind auch Bestandteil von Dynamit. Die Sprengkraft des menschlichen Körpers entspricht damit 175 Gramm TNT. Die Stärke der Explosion wird im direkten Verhältnis dazustehen, wie viel Salz du im Leben gegessen hast. Der ganze Planet ist mit Durchfallviren aus China infiziert. Aber ich habe dein Blut in den einzig existierenden Impfstoff verwandelt. Es gibt 7 Milliarden Menschen auf der Welt und jeder sucht nach dir. 195 Länder haben dein Foto in allen möglichen Medien veröffentlicht. Du bist in allen Polizeidatenbanken der Welt gelistet. Die besten Spezialeinheiten der Welt sind hinter dir her. Bist du wirklich? Du kannst dich vor allen verstecken? Auf jedem Smartphone bist du in den sozialen Medien vertreten. Du bist populärer geworden als Greta Thunberg. Ich bin sicher, sie beneidet dich jetzt. Schließlich kannst du wirklich helfen, die Menschheit zu retten. Ey, gib ihnen einfach dein Blut. Bis zum letzten Tropfen. Elite-Spezialeinheiten aus allen Ländern sind hinter dir her. US Navy Seals die französische Nationalgendarmerie die chinesischen Schneeleoparden Aber natürlich könnte dich auch ein Baby fangen. The brother is watching you. Allein in New York City gibt's 20.000 Überwachungskameras. Die machen Fotos, vergleichen den Abstand zwischen den Hauptmerkmalen im Gesicht. Nase, Augen, Mund. Die Daten werden in den numerischen Code einer Person, einen Gesichtsausdruck konvertiert und mit der Datenbank überprüft. Darüber hinaus kann jeder im Darknet Bilddatenbanken aus Cafés, Krankenhäusern und Einkaufszentren kaufen, sogar in der Nähe des FBI-Hauptsitzes. Die wissen, wo du vor fünf Minuten warst. Fang! Diese Brille mit eingebauten Infrarot-LEDs hilft dir, dein Gesicht vor den Kameras zu verbergen. Für sie wird dein Gesicht wie ein leuchtender, blinder Fleck aussehen. Ach, und vergiss nicht die Batterie! Das reicht doch nicht, du brauchst deine Verkleidung. Es war eine verdammt schlechte Idee, so viele Donuts zu essen. Die fördern die übermäßige Bildung von Gasen. Feuer frei! Du siehst gut aus. Aber Suchhunde finden dich am Geruch von Buttersäure, der Geruchskomponente deines Schweißes. Gerade einmal ein Gramm Schweiß reicht aus, damit der Hund dich auf dem Dach dieses zehnstöckigen Hauses riecht. Oder in einer Tiefe von 15 Fuß unter Beton. Allein in den USA gibt es fast sieben Millionen Drohnen. Hör auf wegzulaufen und nimm diese Spezialwaffe gegen Drohnen. Diese Waffe feuert einen breiten Strom elektromagnetischer Emissionen ab, sodass du nicht zielen musst. Es reicht aus, wenn der Interferenzstrom um die Drohne berührt. Dann verliert sie den Kontakt zur Basis und stürzt ab. Was hast du getan? Versteck dich in der Menge, du Hirni! Nun, du musst ihn küssen. Und Arnie, einen letzten Wunsch? Hier ist Arnold. Nachdem er Essen aus Asien und Europa getestet hatte, kehrte er nach Hause zurück, um etwas noch exotischeres zu probieren. Platziere deinen Hintern und sag, was du zuerst isst. Los Arnold, edem, edem, isste? Der Biss einer Baby-Kobra kann einen 3-Tonnen-Elefanten töten. In ihren Körpern befindet sich fast keine Luft, aber die Schlangen können bis zu 10 Stunden lang die Luft anhalten. Der Magensaft verdaut sie in 1,5 bis 2 Stunden, als ob es ein Huhn wäre. Was oben reinkommt, muss durch den Anus auch wieder raus. Oh, guck, das ist Gift. Solange es nicht mit deinem Blut in Berührung kommt, passiert absolut gar nichts. Was zur Hölle? Wenn es aber in ein Geschwür oder eine kleine Wunde kommt, wirkt das Gift sofort. Lähmung, Krämpfe und nach 15 Minuten bist du ein Donner. Aber nur, wenn du kein Gegenmittel hast. Okay, wer hat den Frosch reingelassen? Ein Gramm vom Gift von Philobates Terribilis kann eine ganze Stadt töten. Tritt ein kleines Tier auf die Schleimspur dieses Frosches, tötet das Gift sofort. Selbst wenn du nur einen kleinen Tropfen des Giftes auf deine Haut bekommst, BOOM, bist du tot. Der Frosch wird 30 Sekunden nach dem Abtauken in den Magen ohnmächtig und 10 Minuten später erwartet ein schmerzhafter Tod auf dich. Und ein Gegenmittel für das Gift gibt es nicht, brauchst du also gar nicht erst suchen. Und wenn man das Gift eines Skorpions mit dem Gift der Philobaten mischt, erhöht sich die Stärke um das 12-fache. Einen letzten Wunsch? Möchtest du, dass die Zuschauer abonnieren und ein Like hinterlassen? Oh, egal. Ameisen ankokeln? Ach, Arnold, fühlst du dich dadurch wie Gott? Du unterschätzt den Feind? Wow, was für eine Ironie. Der Jäger ist zur Beute geworden. Arnold, herzlichen Glückwunsch. Du befindest dich jetzt im Zentrum des kolossalen Krieges. In einem Ausmaß, das größer ist als alle Kriege der Menschheit zusammen. 10 Billiarden Ameisen nehmen daran teil. Hast du jemals eine solche Zahl gesehen? Und welche Zahlen hast du gesehen? Oh. Schau her. Die Ameisen bereiten sich auf den Kampf vor. Wenn Ameisen Menschen groß wären, hätte die Menschheit keine Chance. Schließlich könnte sogar eine gewöhnliche Ameise ein 16-stöckiges Gebäude anheben und mit einer Geschwindigkeit von 55 kmh rennen. Und hier kommen die Gäste. Äh, vielleicht rennst du mal, Arnold? Oh, Arnold, Koordination im Weltraum war noch nie deine Stärke. Obwohl, sieh mal, du hast sie im Kreis laufen lassen. Hast den Anführer auf seine eigene Pheromonspur gebracht. Wenn dies Ameisen passiert, fallen sie in eine Todesfalle. Du hast einen Ameisenwirbel erzeugt. Der Anführer wird nun seine Truppen im Kreis führen, bis sie alle vor Erschöpfung sterben. Du bist ein Held für die Sehungs-Arnold. Sie wollen dich der Ameisenkönigin vorstellen. Aber was ist das? Oh, du musst um die Macht kämpfen. Manchmal erscheint eine zweite Königin im Ameisenhaufen. Infolgedessen führen die beiden Königinnen ein Duell durch und entscheiden, wer den Ameisenhaufen regieren darf. Nach dem Kampf bestimmen die Ameisen, welche Königin ihnen am besten gefällt. Das ist wahre Demokratie. Und dann die Mehrheit zerstört die Minderheit. Ich nehme meine Worte über Demokratie zurück. Achtung! Arnold, du hast wirklich Glück. Du hast es geschafft, auch einen Staatsstreich zu überleben. Aber was ist das? Du bist voller Geruch von Leichen und jetzt sehen dich alle Ameisen als tot an. Deshalb werden sie dich lebendig begraben. Arnold war ein nutzloser Mistkerl. Möge er in Frieden ruhen. Der Effekt scheint vorbei zu sein. Hallo, Arnold. Nun, jetzt weißt du mehr über die Welt der Ameisen und deshalb was machst du?